Saathoff von der SPD-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihr Antrag zur Agrarwende, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, besteht ja eigentlich aus mehreren, nämlich aus acht Anträgen, zu denen es sich jeweils lohnt, eine eigene Debatte zu führen. Und zum Teil haben wir diese Debatte auch schon geführt und andere stehen uns mit Sicherheit in dieser Legislaturperiode auch noch bevor. Und bei der derartigen Themenfülle macht es Sinn, vielleicht auch ein bisschen unemotionalisiert, sich auf einige Teile zumindest des Antrags in der Kürze der Zeit zu fokussieren. Öffentliches Geld für öffentliche Leistungen. Bei diesem Ziel Ihres Antrags, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, CSU, sind wir uns doch alle schon mal einig. Denn genau diese Parole haben wir als SPD als langfristiges Ziel unserer Agrarpolitik ausgegeben. Wir verfolgen eine Strategie, die langfristig den Erhalt öffentlicher Gelder an die Erbringung öffentlicher Leistungen koppelt. Und ich hätte das auch... Applaus Und ich hätte das gerne auch schon deutlicher gesehen bei der Gewichtung der EU-Agrarförderung von der ersten in die zweiten Säule. Allerdings bedeutet dieser Paradigmenwechsel auch, dass man ihn nicht von einem Tag auf den anderen durchführen kann, sondern dicke Bretter zu bohren hat. Wir wollen diesen Paradigmenwechsel. Wir wollen diese Bretter bohren. Aber er muss auch so gestaltet werden, dass die Landwirtschaft sich darauf einstellen kann. Das dürften die Landwirte von einer verantwortungsvollen Agrarpolitik erwarten. Die Gentechnikfreiheit ist auch Teil Ihres Antrags. Wir haben dazu ja letzte Woche eine Debatte gehabt hier im Bundestag. Ich möchte aber heute noch mal deutlich machen, dass wir alles unternehmen wollen, um zu einer bundeseinheitlichen Outlösung zu kommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. In diesem Sinne hat es auch das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2010 entschieden. Deshalb kann es für uns keinen anderen Weg geben als eine bundeseinheitliche Lösung. Und natürlich wollen wir auch, dass Deutschland bei jedem Anbau-Zulassungsantrag davon Gebrauch macht. Die Beschränkung auf ein Bundesland macht faktisch einfach keinen Sinn, da auch gentechnisch veränderte Organismen nicht an der Grenze zum Bundesland halten machen. Dabei sind wir längst nicht das einzige Land mit dieser Einstellung. So wie Deutschland bei der EU-Novelle Öko-Verordnung angeblich anfangs, meine Kollegin Rita Hagelkehl hat das beschrieben, eine Solitärstellung eingenommen hätte und sich mittlerweile die meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union der Position des Bundestages angeschlossen haben, so sehen wir auch bei der Gentechnikfreiheit gute Chancen, dass die meisten Mitgliedstaaten den deutschen Weg mitgehen werden. Aber die Gentechnikfreiheit ist für uns wie für Sie auch bei den Futtermitteln ein Thema. Wir schauen dabei aber nicht nur auf die Kennzeichnung. Ein zentraler Ansprechpartner ist für uns auch der Handel. Dort ist festzustellen, dass das gentechnisch veränderte Soja im Zusammenhang steht mit Entwicklungen, die die deutschen Verbraucher nicht gutheißen. Die Tendenz des Handels zu beispielsweise Hähnchen im Angebot, die ohne Gentechnik gefüttert wurden, zeichnet sich deutlich ab. Der Dialog ist für uns also neben den gesetzlichen Regelungen auch ein ganz wichtiges Instrument. Wir sollten uns vor Augen führen, was passiert, wenn man unkritisch an die Gentechnik herangeht. In den USA gibt es bereits über 20 glyphosatresistente Kräuter. Und das ist dann nur der Beginn der Schraube, die sich immer weiter dreht und nicht mehr zurückdrehen lässt. Durch den Einsatz von Gentechnik verändert sich das Bewirtschaftungssystem in der Landwirtschaft landfristig dahingehend, dass eine gute landwirtschaftliche Fachpraxis nicht mehr nötig ist. Dadurch erleidet man einen nicht verantwortbaren Verlust an nachhaltiger Wirtschaftsweise. In unserem Koalitionsantrag gesunde Ernährung stärken Lebensmittel wertschätzen sind eine ganze Reihe Forderungen enthalten, die Sie in Ihrem Antrag zum Thema gute Ernährung aufgreifen. Zum Beispiel setzen wir uns damit dafür ein, dass die gesundheitlichen Risikofaktoren einer unausgewogenen Ernährung im Präventionsgesetz und in einer nationalen Präventionsstrategie angemessen berücksichtigt werden. Des Weiteren sollen die Schulvernetzungsstellen weiterhin finanziell und darüber hinaus von der DGE fachlich unterstützt werden bei der Verbesserung der Qualität der Verpflegung. Gemeinsam mit unserem Koalitionspartner wollen wir zusammen mit den Bundesländern ein Leitbild gesunder, nachhaltig erzeugter und vielfältiger Kita- und Schulverpflegung erarbeiten, Kindern und Jugendlichen über Schulgärten, Bauernhofpatenschaften und Ähnliches den Ursprung des Essens vermitteln und die Ernährungsaufklärung in den Lehrplänen in den deutschen Schulen verankern. All das wurde in unserem Antrag, den wir am 15. Januar diesen Jahres beraten haben, bereits so von uns formuliert. Und ich freue mich, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, dass wir Sie mit im Boot haben. Sie sprechen in Ihrem Antrag auch die Arbeitsbedingungen der Landwirtschaft und der Ernährungsindustrie an. Die niedersächsische Landesregierung bringt dazu genau heute einen Antrag im Bundesrat ein, damit Werkvertragsbeschäftigte ihre Rechte besser vertreten können. Und das Bundesarbeitsministerium erarbeitet gerade einen Gesetzentwurf, um den Missbrauch bei Werkverträgen zu verhindern. Wie anfangs schon erwähnt, enthält der vorliegende Antrag also einen ganzen Strauß von Maßnahmen zur Zukunft der Agrarpolitik. Stück für Stück oder einatane, wie man in meiner ostfriesischen Heimat sagen würde, wollen wir uns mit den jeweiligen Themen befassen. Und ich freue mich auf einen konstruktiven Dialog mit Ihnen. Herzlichen Dank. Applaus Als letzte Rednerin in dieser Woche.